Die Epidemie fand ihren Höhepunkt im Spätsommer, an der Schwelle zum Herbst. Die elf Selbstmorde geschahen innerhalb von fünf Stunden, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ohne Vorwarnung, ohne Ankündigung, ohne Abmachung. Das Sterben breitete sich seuchenartig aus. Die Opfer schienen sich nur durch eine Berührung oder durch einen Blick infiziert zu haben. Im Nachhinein sprach man von einer Krankheit. 22 bis 23 Uhr Gerade ist Sikke Carlson einem Fremden begegnet, der seine Schuhe in die Luft wirft. Sie bleiben in der Dunkelheit kleben, als befände sich dort eine Läupe, ein unsichtbarer Pfad. Der Fremde, dessen Gesicht sie nicht erkennen kann, ist in einer Uniform gehüllt. Er scheint groß zu sein, wenn auch sehr schmal. Die Kleidung liegt nirgends an, sondern steht vom Körper ab. Wie ein Brett. Er verirrt sich öfter auf die Erde, weil dem Himmel in Wahrheit keine Grenzen gesetzt sind. Im Flug ist die Eindeutigkeit der Ebene aufgehoben und macht einer Mehrdeutigkeit Platz, die die Verbindung zwischen den Augen und dem Gehirn kurz schließt. Plötzlich ist es möglich, Schlitten in die Höhe zu werfen, sodass sie am Firmament kleben bleiben und man eine Fahrt über den Himmel antreten kann, die sich anfühlt wie eine Fahrt im Schnee. Etwas leiser ist es hier. Es dominieren vereinzelte Vogelstimmen, das Rauschen des Windes ersetzt das Rauschen des Meeres und die Kufen gleiten wie auf frischem Schnee, genauso geräuschlos. Ich heiße Jens, sagt der Polizist und schlüpft in seine Stiefel. Ich bin für ein halbes Jahr hier, hört sie, und schiebt ihre Konkurrenz beiseite. Fragt ihn, ob er mit ihr tanzen wolle, wartet seine Antwort nicht ab, sondern gräbt sich Kopf voran in seine Arme, während sie sich erzählen lässt, dass er seit einem Monat in Amaraq sei. Er komme von einem Einsatz im Sudan und sei mit seinen Kollegen die Westküste Grönlands entlang gesegelt. Über die Südspitze in den Osten. Und sie rückt mit ihren Lippen etwas näher an seine heran, bis sie bloß einen Finger breit von ihm getrennt ist. So spricht sie weiter. Vielleicht sagt sie, er gefalle ihr. Vielleicht antwortet er, sie sei sehr hübsch. Aber im Grunde geht es nicht um das, was gesagt wird, sondern darum, die sanft geflüsterten Nebentöne herauszufiltern, sodass nur eine Botschaft übrig bleibt. Nimm mich mit. Sogar im Schlaf, tanzten, zuckten sie, während manche über sie hinwegstiegen, hüpften oder stolperten oder an der grauen Bar lehnten, deren Sortiment ausschließlich aus Tubac und Coca-Cola bestand, die Rundung an Rundung im Regal wachten, unförmig, kleine Bomben aus Aluminium. Andere tranken an den runden Tischen, die in hoher und tiefer Ausführung in einem Halbkreis um die Tanzfläche angeordnet waren, auf das Ende des Tages, auf das Ende der Woche, bis zum Ende des Geldes. In dieser Säulenhalle werden Affären begonnen und beendet. In diesem Säulenzimmer, das sich Pakuset nennt, Lagerhaus. Man findet es in der dunkelsten Ecke des Hafens, am Hafenmund, dort, wo die Glühbirnen in den Straßenlaternen nicht ausgewechselt werden, wenn sie ausfallen. Doch das Pakuset ist mehr als eine Diskothek, ein Nachtclub, eine Bar. Es ist ein Angriff auf die stille Amarax, ein Angriff auf die Isolation und als solcher ein Ort der Gegenwart. Alles, was hier passiert, passiert jetzt. Das ist ein Angriff auf die Isolation.